Ja, hier sehen wir jetzt unseren 3D-Drucker. Das heißt, der wird aus Fischertechnik aufgebaut und dann können beliebige Formen, beliebige Figuren über den 3D-Drucker gedruckt werden. Entweder wie jetzt hier so eine kleine Blumenvase oder aber auch Fischertechnik-Bausteine oder Zubehörteile, die man für Fischertechnik braucht. Und so können die Kinder individuell ihr Sortiment gestalten. Das heißt beispielsweise einen eigenen Kotflügel für ein Fahrzeug kreieren oder eine eigene Mütze für unser Fischertechnik-Männchen. Und dabei lernen sie noch, wie so ein 3D-Drucker funktioniert. Wir haben eine entsprechende Software auf unserem Computer. Dort werden die 3D-Daten eingeladen, werden übersetzt in einen bestimmten Algorithmus und dann auf den 3D-Drucker geschickt und am Computer können die Kinder dann auch ihre eigenen Formen, ihre eigenen Figuren gestalten und dann ausdrucken. Also wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich, das müsste jemand gebaut haben, der Maschinenbau studiert hat. Aber es ist ja tatsächlich für die Jugend. Es ist für die Jugend, es ist für die Kinder. In jedem Baukasten ist eine detaillierte Anleitung dabei, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie der 3D-Drucker gebaut wird, wie er funktioniert, wie er in Betrieb genommen wird, sodass das wirklich für jeden leistbar und machbar ist. Was müsste denn jemand dafür investieren, wenn er gerne sowas hätte? Also der 3D-Drucker liegt bei 699 Euro und ist somit einer der günstigeren, die fürs Kinderzimmer sind, die eine sehr, sehr hohe und gute Druckqualität liefern. Und das ist jetzt für den Privatgebrauch oder auch für Schulen vielleicht geeignet? Sowohl für den Privatbereich als auch für Schulen. Fischertechnik wird generell sehr viel in Schulen und auch in Industriebetrieben zur Ausbildung eingesetzt. Immer dann, wenn es um die Verbindung zwischen Mechanik und Computern geht. Herr Keller, nach der Messe geht es wahrscheinlich wieder weiter, auch mit Entwicklung neuer Produkte. Selbstverständlich. Gibt es da schon so eine Tendenz oder wissen Sie schon, wo es bis nächstes Jahr hingeht? Also wir wissen, wo es bis nächstes Jahr hingeht, aber wir sagen es doch nicht. Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Es gibt wieder ganz viele spannende technische Themen. Das glaube ich. Dafür stehen Sie ja auch. Genau so ist es. Super, da danke ich Ihnen erstmal. Ich danke Ihnen. Und wünsche Ihnen natürlich auch noch weiterhin eine gute Messe. Vielen Dank. Danke schön. Wiederschauen. 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 Wiederschauen.